Hallo zusammen, ich bin hier für euch in Dragonflight unterwegs und heute will wir so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns insgesamt drei Erfolge angucken und diese drei Erfolge heißen tatsächlich auch alle komplett gleich, da hat Blizzard sich irgendwie nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Wir finden sie einmal unter Spiele gegen Spieler und dann ganz unten unter Welt und dort haben wir dann das Achievement Himmelsakrobat und dann noch ein drittes Mal. Und ja, was müssen wir dafür machen? Setzt wirbelnde Ansturm im Kriegsmodus ein, um zehn kriegnerische Spieler zum Absitzen zu zwingen. Und das müssen wir einmal machen für das erste Achievement, für das zweite müssen wir das zehnmal machen und für das letzte müssen wir das 50mal machen. So, als allererstes braucht ihr einmal den War Mode aktiviert, also Kriegsmodus im Deutschen. Das könnt ihr in SW oder in OG machen, beziehungsweise neuerdings geht das auch in Taldrassus. Einmal einschalten, dann könnt ihr gegen die andere Fraktion kämpfen. Und jetzt ist es so, dass ihr aufmounten müsst und ihr braucht die Fähigkeit Wirbelnde Ansturm und mit der fliegt ihr einfach durch einen anderen Spieler durch, gegen den Feindlichen. Ihr seht, da hinten ist ein anderer Tela-Char, das ist mein zweiter Account. Ich muss jetzt gleich beide steuern, dass ich euch das so ein bisschen demonstrieren kann. Jetzt fliegen wir mal mit dem anderen ein bisschen nach oben. So, dann komme ich jetzt, ich bin jetzt der Predator quasi. Der fliegt da ganz gemütlich, wir kommen an, drücken unseren Wirbelnden Ansturm und zack, mount man ab und er fliegt runter. Und das hat einen Grund, warum ich das hier mache, er landet nämlich jetzt hier im Wasser und stirbt nicht. Wenn ihr einen anderen Spieler runterholt, den ihr weit oben seid und der keine Fähigkeit hat, den Fallschaden zu negieren, dann stirbt er einfach. Und ihr seht, wir haben den jetzt quasi abgemount und es zählt hier hoch. Ihr könnt da halt jetzt rumfliegen, euch gegnerische Spieler suchen und die dementsprechend damit runterholen. Oder ihr macht das wie ich mit zwei Accounts, beziehungsweise ihr habt natürlich auch die Option, das mit einem anderen Spieler zu machen, der das mit euch dann quasi einmal erledigt. Gut, jetzt schauen wir mal, jetzt habe ich gerade hier einen Bug, dass ich meinen zweiten Account nicht mehr sehe. So, das hat immer 30 Sekunden Abklingzeit, heißt, ihr müsst dann immer 30 Sekunden warten. Dann könnt ihr euch quasi wieder den nächsten suchen. So, da fliegt er wieder. Zack, Wirbelnden Ansturm rein, zack, runtergeholt. Und wir haben jetzt auch das dritte Achievement und wie gesagt, die heißen alle drei Himmelsakrobat. Mehr ist das Ganze tatsächlich nicht. Es gibt auch einen netten Titel dafür und zwar haben wir Schrecken der Lüfte, was ich eigentlich ganz cool finde vom Titel her. Und ja, ich kann euch vielleicht noch zeigen, wo ich das gerade gemacht habe. Ich fand das jetzt gar nicht schlecht, hier in dieser Schlucht zwischen Taldrassos und der Küste zu machen. Da hat man schön diesen Fluss und außerdem kann man relativ weit nach oben und unten fliegen, um seine Lahn so ein bisschen aufrecht zu halten. Wie gesagt, ihr könntet das dann dementsprechend mit anderen Spielern machen, wo ihr das absprecht, wie ich mit meinem zweiten Account. Oder ihr sucht euch halt Leute, die ihr auf der freien Wildbahn quasi vor die Flinte kriegt, was sich anbietet, bei Worldquests das zu machen. Beziehungsweise wenn so ein Airdrop runterkommt, das wird ja auch in der Zone angekündigt. Da sind dann auch immer viele Spieler, da könnt ihr vielleicht mit einem Wirbelnden Ansturm auch mehrere wegholen. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.